ja hallo und herzlich willkommen liebe zuschauer ich melde mich mal wieder mit so einem kleinen infovideo bei euch da ich gestern entscheidenden hinweis gekriegt habe vom your betatube und ich glaube ich weiß nicht ich glaube er war es wieder der mir den hinweis gegeben hat der gronkfaker megagronk.de ist jetzt wieder aktiv nun aber mit einer ganz anderen masche und ich kann euch ganz klar versichern dass er das auch ist und zwar geht es einfach auch darum dass jetzt nun auch schon meine fans angegriffen werden beziehungsweise auf kosten meiner fans einfach unfug veranstaltet wird und einfach scheiße geschrieben wird und wen es da genau betrifft ich habe hier schon mal eine nachricht offen beziehungsweise ein kommentar offen es betrifft den die car 360 701 und zwar ist das ein ziemlich guter fan von mir und der ist auch immer fleißig am kommentieren gewesen und mittlerweile ach so ja die kommentare sind weg kommentar anzeigen die kommentar wurde entfernt okay der kommentar ist gar nicht mehr da naja ist ja auch egal auf jeden fall macht jemand auf seine kosten unfug auf meinem kanal beleidigt mich beleidigt mich und sowas und fängt halt an seinen namen zu nutzen und das profil bild aber allerdings gibt es dann klein gibt es da so eine sache die mich das gleich hat unterscheiden lassen also gleich sehen lassen dass er das nicht ist also die kommentare sind wirklich vom vom original die car 360 701 ich will ja mal einfach in die kommentare von gestern mal rein gehen wir gehen mal hier auf post eingang so und da sehen wir das eigentlich auch schon wo war denn das ich glaube davor nie die kommentare sind gelöscht worden so er das ist vom original gewesen der hat der hat mir da einen kommentar hinterlassen so aber der hat der falsche die car hat dann gestern geschrieben das sieht man hier auch am anderen user bild dass das ein ganz anderer ist ja hier erstmal nur irgendeinen mist geschrieben keine ahnung und dann später hat er dann auch noch absolute beleidigung geschrieben ich habe den kommentar auch gleich gelöscht und mit einem mit einer netten beleidigung geantwortet und mir dann auch gleich gedacht okay jetzt machst du dann mal ein infovideo dazu und dann habe ich dann halt auch mitgekriegt dass dann der die car 360 701 nicht der die car 360 701 ist habe nämlich eine nette nachricht von ihm gekriegt ich bin der echte die car bla 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 du bist so ein hurensohn mein freund hat rausgekriegt dass du das warst mit den fake du scheiß mischstück du hast es verdient in die hölle zu kommen ja da habe ich dann natürlich gleich geantwortet weil ich wusste natürlich ganz genau dass er nicht der echte ist ich habe da geschrieben holdau ist das längst bekannt dass du nicht der echte die car bist und dass das ein mieser fake kanal ist anstatt immer mit neuen maschen anzukommen solltest du dir mal ein anständiges hobby suchen oder hey häng dich auf aber mal so nebenbei geblockt bist du schon und gemeldet auch der echte die car weiß auch bescheid also warum die mühe verpiss dich einfach von youtube und komm mir jetzt nicht mit freundlichkeit irgendwo ist schluss und glaub mir das letzte wort ist jetzt gesprochen bei so und dann habe ich daraufhin dann gleich den echten gewarnt und der hat mir dann auch zurück geschrieben man sieht auch also es ist ein ganz anderes bild ne aber da kommen wir gleich darauf zurück so danke dass du es auf facebook sagst weil dann kann man ihn auch melden kannst du mir den fake kanal auf skype schicken mit freundlichen grüßen dj dny also nicht verwirren lassen der der hat seinen namen dj dny verwechslungsgefahr besteht schon ist klar aber das ist kein nachmacher von mir oder sowas und ist eigentlich ein ganz lieber fan und der hat das nicht verdient so durch den dreck gezogen zu werden ja und da habe ich das ganze hier auf facebook gepostet ohne worte da ist der dk 360701 nun schon selber opfer eines fakers meine wut darüber kennt keine grenze auf meine kosten schindluder treiben okay auf kosten meiner fans niemand macht so etwas fick dich faker möge dich der blitz beim scheißen treffen so da kann man erst mal heute morgen netter kommentar hier ist auch ist auch als spam markiert anheit dass du so ein zeug auf facebook publiziert ist ganz schön kindisch und nervt dislike deine seite habe ich dann auch gleich erstmal geantwortet moment ich habe den kommentar editiert macht das bitte blockiere mich auch gleich damit ich deine meinung dazu nicht mehr lesen muss und tschüss weil auf sowas kann ich dann natürlich auch echt verzichten ja und da schrieb dann der jo betatube immer diese faker können die nicht kapieren dass sie aufhören sollen weil das ganze nichts bringt es bringt ja auch nichts es bringt überhaupt nichts es schadet mir nicht oder sowas dafür dafür bin ich dann doch schon zu bekannt so und dafür halten die fans dann auch zu sehr zu mir und ich halt auch zu sehr halte auch zu sehr zu meinen fans ich tue alles für meine fans ich tue das gerne ne weil ich ganz genau weiß dass das irgendwann weil dass das auch immer alles zurückkommt was ich für die fans mache so und da habe ich dann nur geschrieben ja jetzt werden sogar schon die fans drangenommen ich verstehe das nicht einige leute haben echt nichts besseres zu tun als an anderen ihre harte arbeit kaputt machen zu wollen das ist purer neid und wenn ich dann sowas auch noch öffentlich mache und denjenigen an den pranger stelle dann hat das seine gründe ich mache das dann nicht weil ich mich irgendwie daran aufgeilen will an einem eventuellen shitstorm sondern um vor solchen leuten zu warnen und wenn dann jemand wieder dings kommt kommentar als spam markiert dann kann ich das absolut nicht nachvollziehen wie man sich dann noch darüber aufregen kann das business ist hart genug du investierst etliche stunden in der woche nur um deinen fans zu antworten ihre und ihnen unterhaltung zu bieten und vielleicht auch vor solchen fakern zu schützen und so wird sie dann gedankt und dann auch noch einen kommentar mit dem dann blockiere mich bitte daher auch meinen kommentar mit dem dann blockiere mich bitte auch gleich weil solche fans brauche ich nicht die sich dann davon genervt fühlen das sind dann nämlich auch genau diejenigen die an allem was zu meckern haben und vielleicht einmal in zwei monaten reinschauen und überhaupt nichts positives beitragen zum ganzen ich habe auch gewisse ansprüche und die darf ich auch ruhig haben schließlich mache ich das ganze ja nicht nur für mich und für meine belustigung sondern auch für meine fans und wer dann so kommen von wegen der miss den du hier publiziert der darf sich nicht fan schimpfen und hat hier nichts zu suchen aber danke noch mal für den hinweis so kann ich info video machen und die kv schlimmeren bewahren ich habe dann mit ihm auf skype geschrieben ich schicke ihm später auch noch den kanal link den schicke ich ihnen jetzt mal persönlich auch gott ich muss mal hier alles schließen also den kanal link schicke ich ihm jetzt gleich mal wo haben wir ihnen wo haben wir ihnen hier haben wir den faker guck mal der hat sich jetzt der hat sich aha aha der hat der hat seine kanal url geändert weil gestern stand da noch channel bla 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 und so weiter aber ihr seht da steht die k 360 701 das ist dank google plus und sowas ist das mittlerweile möglich ich konnte ja auch meinen namen ändern ohne dass dieser name dann jetzt zusammenhängt ich konnte einen richtig schönen langen namen nehmen dj b&y das original aus zelle ohne dass diese dieser name der url entspricht siehste youtube.com slash user slash dj b&y reloaded ja nee und das ist der echte der hat zwar keine videos oder sowas der ist aber fleißig am kommentieren gewesen und ist wirklich ein guter fan so und jetzt wird halt auf seine auf seine kosten einfach scheiße gemacht auf meinem kanal es werden user beleidigt ich werde beleidigt und das geht natürlich gar nicht und da schalte ich mich dann auch sofort ein und tue aber auch was dagegen was man halt immer machen kann ist melden ich hab's ja schon gesagt hier verlinkt er den anderen kanal den echten damit halt auch an ihm die wut ausgelassen wird und ich muss aber dazu was sagen weil eins kam mir ziemlich verdächtig vor guckt euch mal diesen holzhintergrund an und guckt mal genau in dieses video rein das ist megagronk.de das da und das hier ist der falsche dcar die ähnlichkeit besteht darin in diesem in dem hintergrund also in dem in dem kanalbild und auch in dieser schreibweise das ist der kanal von dj dm y hier kommen demnächst videos so okay ich weiß nicht ob er das auch geschrieben hat ach so ja er hat's auch geschrieben aber wie gesagt das ist der echte das ist der falsche ähm auf den ersten blick schwer zu unterscheiden und ich hab ihn aber auch schon gemeldet gehabt und ich antworte jetzt hier einfach mal zack haben wir ihm geschickt ich hab er hat sich auch sorgen gemacht um seinen kanal und sein youtube äh sein google konto und da hab ich gesagt mach dir da keine sorgen ich glaube nicht dass er dich gehackt hat ich so löscht deinen kanal lass den aber bis heute abend bestehen weil ich erstmal noch ein infovideo dazu mache und dann äh sollte die ganze sache auch gegessen sein ja und ich denke mal äh die ganze sache ist auch gegessen ich hab den falschen digger hab ich gleich blockiert ähm erstmal noch einen netten kommentar zurückgeschrieben und halt wie gesagt äh diese wunderbar nette nachricht äh verfasst hab ich gestern noch wo arbeit gemacht mh und äh achso war das nicht hier genau hier war das hier hat der your beta tube das geteilt du miese dreckschwuchte du bist so dermaßen scheiße dass ich keine worte finde du scheiß Mistkerl ich verklag dich wenn du willst blockier mich doch einfach mach doch mach doch ist mir egal aber bitte blockiere dann auch meine bei äh auch meine beiden kanäle mein neuer kanal der heißt gleich und da hat man dann auch gleich den unterschied gesehen und dadurch äh äh ist man natürlich auch so schlau und guckt dann erstmal wer da vielleicht hinter steckt und wie gesagt es ist einfach nur äh wieder der äh spinner megagronk der hat nicht raus gelernt aus seinen Fehlern und ich denke mal ich werde mich jetzt darum kümmern dass wir den mal irgendwie ausfindig und unschädlich machen auf irgendeine Art und Weise und wenn wir eben seinen Rechner lahmlegen oder sonst was irgendwas wird uns dazu schon einfallen und wenn wir da irgendwie was mit einer Anzeige machen mal gucken also wie gesagt also das lasse ich mir jetzt auch nicht mehr gefallen es ist mir allerdings äh allerdings werde ich jetzt da auch kein großes Fass mehr aufmachen weil äh das lohnt einfach nicht so ein Pisser ist es nicht wert äh dass man sich da noch groß drum kümmert und wie gesagt äh irgendwann reicht es auch ja und hier klingelt dann auch schon mein Telefon ich verabschiede mich von heute ich muss mal eben Minecraft freigeben äh Folge 142 wir sehen uns später wieder in anderen Videos bis dahin Tschüssi